Ja, ich heiße Inna Koalzer. Ich leite ein Seniorenpflegehaus von der Stadt Gelsenkirchen. Ich bin 1994 nach Deutschland gekommen, aus Russland. Bei der Stadt Gelsenkirchen bin ich jetzt seit 2001. Es wird auch sehr viel geboten für die Mitarbeiter, von Yoga bis gesundes Essen. Wir bekommen sehr viele Fortbildungen. Wir haben sehr viele technische Hilfsmittel. Ich sage mal, sehr unterstützende Arbeitsgeber, ja. Ich sage mal, das ist jeden Tag ein Lächeln und das gibt uns auch immer etwas zurück. Wir haben auch sehr viele Nationalitäten. Wir haben Menschen aus Syrien, wir haben Menschen aus der Türkei. Ich komme immer wieder nach Gelsenkirchen zurück, egal wo ich bin, in Amerika oder in Russland. Aber ich komme immer gerne und denke, das ist meine Stadt. Ja, die Gelsenkirchener sind direkt und die sagen direkt ins Augen, was sie auch denken. Das ist für mich Gelsenkirchener. Ja, vielfältig. Ja, schön, freut mich. Wir sind ein bunter Haufen. Gelsenkirchener. Ja, schön, freut mich. Gelsenkirchener. Ja, schön, freut mich.